Moin Leute, am heutigen Tag spiele ich zum ersten Mal Sons of the Forest. Den ersten Teil habe ich ja damals zusammen mit German Let's Play durchgespielt. Was ist denn das? Hä? Oh Gott, ich bin rausgeschossen. Der Baum fällt. Oh Gott. Nein. Nein. Und normalerweise hätte ich natürlich auch das hier gerne mit GLP zusammengespielt. Allerdings macht er ja aktuell eine YouTube-Pause. Aber wenn ihr ihn vermisst, hört euch gerne die neueste Folge vom Codbruder Podcast an. Da labere ich ja mit GLP immer ein bisschen über unser Leben. Aber jetzt geht es um Sons of the Forest. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst. Weil the Forest war schon stellenweise echt krass. Und ich bin echt ein Schisser, was so Games angeht. Oh nein. No, baby, we got to love, spirits. Bei Forest 1 ist man ja mit dem Flugzeug, glaube ich, abgestürzt. Kelvin? Moin Kelvin. Hallo Fisheye. Es geht. Ja, dann lass uns umdrehen. Komm, wir fliegen wieder nach Hause. Ich wollte sowieso noch ein bisschen Minecraft spielen. Oh, was ist das denn? Edward Puffton? Ah ja, jetzt. Ach, Barbara. Barbara ist auch weg. Ja, schade. Und Virginia auch. Die Familie Puffton. Oh ja, das ist die Map. Schön. Wow. Alter, wurden wir abgeschossen? Ah, ich weiß mal. Ja, das sind Einschusslöcher. Oder nicht? Oh Gott. Kelvin. Kelvin, halt dich fest, Mann. Freaking. Okay, ich lebe. Gut, sonst wäre es auch ein kurzes Spiel. Was mache ich jetzt? Achso, Absch... Ja, ja, warte doch mal. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Jo, wer bist du denn? Digi. Was ist denn sein Problem? Er hat ja auch so einen komischen... Irgendwie so einen Anzug an. Emergency only. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Emergency. Ah, da ist noch jemand. Ey, 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 yo, yo, yo. Was geht hier? Achso, ich dachte, das ist jetzt irgendwie... Der wäre so ein Zombie oder so. Manuel, bist du es? Der erinnert mich ein bisschen an Manuel. Ah, das ist Kelvin. Kelvin. Hier. Alles gut? Der war ein bisschen benommen. Also, folge mir. Basis erhalten. Nö, folg mir einfach mal. Kann Kelvin nicht sprechen? Was ist denn mit Kelvin passiert? Hier ist noch was. Zack. Tape. Nehmen wir mit. Lass erst mal alles looten. C4 Ladung. Lecker. Medizin. Auch sehr, sehr nice. Wir nehmen jetzt einfach mal wirklich alles mit, was wir tragen können. Eine Plane. Kann ich die hier irgendwie auf den Boden legen oder was? Ah, okay. Ich habe es hier irgendwie auf den Stein gelegt. Leute, schreibt gerne Tipps und Tricks in die Kommentare. Weil selbst wenn ich jetzt hier keinen zweiten Part vom mache, werde ich das, denke ich mal, privat nochmal ein bisschen weiterspielen. Beziehungsweise es kommt darauf an, wie gruselig das jetzt hier gleich wird. Weil ich habe ein bisschen Angst. Oh, Leuchtfackeln sind, glaube ich, echt gut. Ah, Inventar öffnen. Ah, guck mal hier. Öffne das Notfallpaket in deinem Inventar. Ah, okay, das ist Eier hier. Öffnen. Ach, cool. Oh, eine... Ja, eine Axt. Ausrüsten. Jo. Mit einer Axt kannst du Bäume fällen oder Feinde zerstückeln. Feinde zerstückeln? Ja, warte, aber da würde ich ganz gerne jetzt nochmal die anderen Sachen. Was war denn das noch? Da. Finde die Paftenfamilie. Finde Team B03. Okay, und wo ist Team B03? Also, ich sehe hier drei Ausrufezeichen. Müssen wir da hin? Ich gucke jetzt nochmal, was war das dritte? Was haben wir hier oben? Das ist das Drucker. Ah, guck mal, hier können wir auch so Sachen reinlegen. Rucksack. Feuerzeug. Handbuch. Ah, ja. Ah, ein Zelt. Ah, da... Feuer... Ah, okay, 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 okay. Da hatten wir, glaube ich, diese Plane. Da brauchen wir so Stöger. Einfaches Feuer. Oh, ja. Das ist doch an sich gut. Einfacher Boden. Sollte ich mir hier ein Haus bauen oder sollte ich hier vielleicht lieber weg? Hier konnte ich doch noch andere Sachen. Nimm Gegenstand. Hol. Als ob. Ich kann ihm Sachen... Felsbrocken, Stöcke, Steine, Stämme. Hol mal Stöcke. Als ob. Ach, für mich ist er nicht Calvin, sondern du bist Menjel. So, beeil dich, Menjel. Da vorne... Hier ist doch ein Eichhörnchen oder so. Okay, hier. Ja. Gibt es jetzt noch irgendwas, was wir aufsammeln können? Warte mal, ich müsste wahrscheinlich die Plane wieder aufsammeln, oder? Die ich hier irgendwo hingelegt habe. Ich kann die nicht mehr... Kann ich die wieder aufheben? Oder ist die jetzt hier so reingebackt? Ne, das ist jetzt ein Stein. Ne, ich brauche diese blöde Plane. Oh, ja, danke für die Stöger. Okay. Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Handgefertigter Spä... Oh, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Dafür brauche ich zwei Stöcke, das Klebeband und das Messer. Jo, das ist doch perfekt. Dann habe ich noch mal eine Waffe. Und zwar... Kombinieren. Stock, 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 stock. Ah, hier unten. Das ist ja geil. Jawohl. Und jetzt kombinieren. Als ob. Zack. Oh, damit könnte man wahrscheinlich tatsächlich auf die Jagd gehen. Guck mal hier. Na. Ah. Vielleicht hole ich mir... Da ist eine Hase. Dann dreh. Ah, das war daneben. Aber ich frage mich... Ah, hier auf E. Ich brauche halt dieses Zeltdingens wieder. Das ist das, was mich... Oh, warte mal. Was bedeutet das hier? Ah, guck mal. Jetzt packe ich hier die Plane hoch. Und habe hier mein Zelt. Ah, guck mal. Damit kann man speichern. Oh ja, speichern einfach mal. Eigentlich wäre es wahrscheinlich schlau, an den Strand zu gehen, oder? Weil da hinten sehe ich doch das Meer. Weil da kann uns nichts von allen Seiten angreifen. Ja, ich würde jetzt ganz gerne eigentlich das... Wie kann ich das Zelt wieder mitnehmen? Oder ist das Zelt jetzt für immer hier? Weil das wäre irgendwie ein bisschen blöd. So, guck mal. Er hat jetzt hier diese ganzen... Die ganzen Stöcker hat er jetzt... Warte doch mal. So viele Stöcker brauche ich doch gar nicht. Menge auf Stöcker zu sammeln. Oh, hier ist noch was. Sehr nice. Manuel? Oh, hier. Hier, komm. Folge mir. Wir gehen uns mal hier längs. Und versuchen mal bis... Bis an den Strand zu kommen. Oh, guck mal hier. Oh. Äh. Was hängt hier? Oh nein, Alter. Bist du noch da? Gott, du darfst nicht so weit weg gehen. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Ich will letztlich nur an den Strand. Und Gott, der Links hängt auch schon wieder irgendwas. Alter, das ist deutlich weiter, als ich gedacht habe. Oh, warte. Was ist... Kann ich das... Jo, hier. Guck mal. Sammel. Wegwarte gesammelt. Hab ich mir das direkt ins Symbol geschoben? Warte. Aber hier sind Wege... Wege sind was Gutes an sich. Hier ist ein Fluss. Hier können wir einfach rüber. Ja, wir sind gleich... Warte, hier rechts ist sogar ein Weg. Nein. Ich habe Manuel verloren. Und da vorne hängt schon wieder irgendwas am Baum. Manuel! Manuel, wo bist du? Ja, gut. Ich wollte bis hin. Kann ich hier einfach drüberjumpen? Ah, da bist du ja. Manuel, Alter. Mach nicht diesen. So, hier ist auch irgendein Weg. Oh, guck mal hier. Guck mal her. Ah, die erwische nicht so richtig. Weil wir brauchen ja auch bald mal was zu essen. Alter, und hier sind schon wieder Sachen. Auf so Bäumen. Ich habe gerade echt ein bisschen Schiss. Warte, aber da hinten... Hier hinten ist ein Strand. Was war das gerade? Digi, du musst mich verteidigen, falls wir gleich angegriffen werden. Weil ganz ehrlich, wenn es hier Rehe gibt, gibt es ja auch irgendwas anderes. Freakin' Bären oder so. Oh, guck mal, da ist ja irgendeine Markierung im... Oh, das könnte wieder ein Boot sein oder so. In Forest 1 gab es so ein Boot, was wir mal geentert haben. Ja, wir sind gleich... Ja, wir sind am Meer. Geil. Weil da kannst du halt nicht von allen Seiten angegriffen werden. Das ist mega cool. Weil dann hast du das Meer im Rücken und das ist schon praktisch. So, runter. Jawohl. Ah, hier ist das ja geil. Oh, warte, da ist eine Möwe. Oh, let's freaking go. So. Oh, guck mal hier, ich auch direkt ein Lüggen. Federn und rohes Fleisch. Hier, kann ich das hier nicht anzünden oder so? Das sieht doch schon aus wie ein schönes Lagerfeuer. Oh, guck mal, hier sind auch Schildkröten. Also, sorry, wir müssen jetzt ja wirklich alles tun, um zu überleben. So. Was? Hör doch auf, dir mal was in den Mund zu stopfen. Was esse ich denn da jetzt gerade? So. Jetzt müssen wir kurz mal... Dann lasst uns gleich ein Lagerfeuer machen. Schildkrötenpanne. Ja, aber da ist doch auch Fleisch dran. Oh Gott. Oh, was ist denn da jetzt los? Ja, guten Abend. Aber guck mal, unsere Hungerleiste, die steigt auch. Das war, glaube ich, ein guter Entschluss. Da hinten ist irgend so ein Raft. Aber ich muss zugeben, ich traue mich da nicht hinzuschwimmen. Es wird hier hundertprozentig... Oh, guck mal, Alter, so ein krasses Schneebiom da hinten. Es wird hundertprozentig Haie oder sowas geben. Oder nicht? Oh. Oh, guck mal hier. Äh, nehme ich mit? Munition. Eine Pistole. Wow, 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 was ist... Ach, hier ist das Radio. Das nehme ich mit. Ah, nee, warte. Nee, 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 du sollst das nicht direkt essen. Du sollst das einsammeln. Nee, 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 nee. Wie kann ich switchen, dass er das einfach nur einsammelt? Ah, okay, kurz drücken. Ja, ich habe jetzt leider einmal so eine Feldration. Ein bisschen Geld. Gut, ich weiß nicht, was ich mit dem Geld soll. So, wir machen das hier mal auf. Nochmal eine Armbanduhr. Oh, eine Zeltplane. Das ist nice. Ein Solarpanel. Junge, was? Ah, das ist wirklich gut. So, das Radio nehmen wir auch mit. Digi, ich habe echt ein bisschen Schiss. Oh. Eine freaking Granate. Aber haben wir denn jetzt auch... Eine Waffe haben wir nicht eingesammelt, ne? Wir haben hier... Nee. Wir haben Munition für eine Waffe. Krass, aber das hat sich an sich gelohnt. Also bis dato finde ich das hier am coolsten. Ich mag, dass es hier offen ist. Und man kann trotzdem... Ich würde sogar sagen, dass wir nach da vorne gehen. Also ich meine, irgendwann... Vielleicht könnten wir ein Floß oder so bauen. Aber falls mich hier jemand angreifen will, sehe ich ihn auf zwei Kilometern. Das sind super viele Seesterne. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Teile hier habe ich teilweise gegessen. Da hinten ist dieses Ausrufezeichen. Warte mal, das... Das Praktische wäre, wenn man nicht tauchen kann, dann dürfte es eigentlich auch keine Haie geben. Ey, Leute, ich muss mich mal kurz spoilern. Haie, Sons of the Forest. Einfach nur für meine eigene Sicherheit. Wettschwimmen gegen Haie. Ah, alles klar. Es ist zu mir. Ich kann nicht in das Wasser gehen. Wirklich, ich habe panische Angst vor Haien. Und das meine ich wirklich ernst. So, hier ist doch ganz chillig. Ja, ich glaube, das gefällt mir hier. Oh, warte mal, wird... Kann es sein, dass die Sonne bald untergeht? Dann brauchen wir unbedingt... Warte mal, warte mal, warte mal. Zelt wäre schon mal gut, aber Lagerfeuer. Verstärktes Feuer. Ah, jajaja, so ein Holz. Okay, Standfeuer. Okay, wir merken uns. Wir machen jetzt erstmal ein einfaches Feuer. Dazu brauchen wir Stöcke. Und es wird auch schon Nacht. Komm. Calvin, Calvin, lauf. Was macht das Ding da? Baue Feuer, Calvin. Bau uns zu Feuer. Calvin, lauf los. Junge, was zur Hölle? Was ist das? Und warum kommt das schon in der ersten Nacht? So, Calvin, du machst das. Vielleicht hat das Ding Angst vor Feuer. Ich sehe das Ding kaum. Aber es hat mehr Beine, als es haben sollte. Ah, guck mal, hier. Erst mal ein bisschen Fleisch braten. Ah, Calvin ruht sich ein bisschen aus. Das kann man auch mal machen, Calvin. Das hast du dir auch verdient. Es wird immer dunkler. Aber das ist das, was ich meine. Man sieht zumindest... Oh, ja. Aber gar nicht, glaube ich, nötig. Das zu essen. Ah, doch. Ey, es wird echt dunkel. Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Ey, es wird so dunkel. Es wird so freaking dunkel. Und er chillt einfach. Er chillt einfach seine Basis. So bist du wieder ready. Komm mal her. Komm mal her. Bauel. Ne, 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 ne. Nicht noch ein Feuer. Ja. Ah, doch. Es ist aber echt dunkel. Freaking hell. Alter, es wird stockdunkel. Ich sehe gar nichts. Oh Gott. Oh Gott. Warte, 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 warte. Wir bauen das Zelt. Wo ist... Wo ist... Wir hatten doch die Plane noch. Es tut mir leid. Ich habe gerade echt ein bisschen... Ein bisschen Schiss. Hier, Rucksack. Wo ist die... Wir hatten doch die Plane noch. Oder hatten wir nicht noch eine Plane? Wir hätten das da hinten niemals verlassen dürfen. Das war ein grober... Das war ein riesiger Fehler. Ich dachte, ich hätte noch die Plane... Doch, hier oben vorne. Da. Plane ausrüsten. Lege ich hier hin. Packe ich einen Stock rein. Und dann schlafen wir jetzt die Nacht. Achso. Okay. Du bist es einfach. Okay, Calvin. Es brennt jetzt hier ein bisschen. Lass uns schlafen. Komm. Oh Gott sei Dank. Calvin, Alter. Wir sind Maschinen. Ich habe mir zwar fast in die Hose gepinkelt. Aber Leute, ey. Jeder, der mein Alan Wake Let's Play gesehen hat, der weiß, ich bin echt ein Schisser. So, warte mal. Pack das mal weg. Wir müssen unbedingt... Da hinten ist doch ein Fluss. Aus dem Fluss? So kann ich doch trinken, oder nicht? Also was benutze ich, damit ich was zu trinken habe? Muss ich das irgendwie abkochen? Oh, hier liegen Sachen. Hier sind Boote. Ja, hier sind Boote gekentert. Ah ja, guck mal hier. Was war denn jetzt das Problem? Okay, ich habe Seile. Chillig. Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Kombinieren. Aber was kann ich damit? Bogen. Oh. Handgefertigte Keule. Aber ein Bogen ist schon geil. Zwei Stöcker. Zack, zack. Seil. Und... Hiervon eins. Ich glaube, ein Bogen ist schon was, was man echt gut gebrauchen kann. Zack, Alter. Perfekt. Gut, wir brauchen noch Pfeile. Kombinieren dafür... Das kann man bestimmt mit den Federn. Ähm, Steinpfeil. Brauchen wir noch Steine und Stöcker. Okay. Okay, aber warum... Was war jetzt nicht so gut mit dem Wasser? Okay, das sind, glaube ich, nicht die Steine, die ich brauche. Ah ja, da hinten kommt Menjöl. Ja, Menjöl, was... Was ist mit dir los? Wo warst du? Hier, wir brauchen die Stöcker. Und hier die kleinen Steine. Ja, ja, das ist super. Können wir uns auf jeden Fall Pfeile machen. Dann sind wir jetzt auch... Können wir ein bisschen in den Fernkampf gehen. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, warte mal. Aber jetzt... Zack. Ah ja, ich brauche noch... Ich brauche noch mehr von den ganz normalen Steinen, glaube ich. Ich kann nicht mehr tragen. Steine... Aber warum... Warum kann ich nicht mehr Steine tragen? Weil ich brauche... Oder sind das diese kleinen Kieseldinger? Brauche ich die Kiesels? Ja. Hallo, liebe Möwen. Ah, jetzt geht's. Kieselsteine. Und zack. Kombinieren. Ich muss sagen, das Crafting-System ist schon ganz cool. Ich habe das allerdings noch nicht so gecheckt mit den Strukturen. Vor allen Dingen, wie kann ich schnell Waffen switchen? Man kann nicht zielen? Ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt hier hinziele. Was sind eigentlich das hier alles für Dinger? Kann ich die irgendwie anzünden? Also wir sollten auf jeden Fall auf die Jagd gehen. Ich bräuchte auch noch mal mehr Federn für Pfeile. Und ich weiß nicht, ob ich es riskieren sollte, um da hin zu schwimmen. Oh, warte mal. Ah, such den Pfeil, Paletto. Pfeile sind kostbar. Ich habe halt einfach Angst, wenn ich da jetzt hinschwimme, dass ich einfach von einem Hai gefressen werde und das Spiel vorbei ist. Oh, hier ist es. Noch, was ist das? Das ist einfach nur Eimer. Ah, hier war aber jemand. Hier hat jemand irgendwas gegessen. Oh, hier sind noch mal Seile. Chillig. Das traue ich mich nicht. Es tut mir leid, Leute. Ich habe einfach viel zu viel Angst, gefressen zu werden. Seile, was macht der Mängel da hinten? Wir gehen hier erst mal weiter am Strand. Bis dato war der Strand eigentlich ganz gut zu uns. Hier ist auch scheinbar noch ein kleines Lager. Ähm, okay. Ähm, aber jetzt glaube ich nicht unbedingt so ein sympathisches Lager. Oh, warte mal. Was ist da oben? Da oben ist irgendwas. Das ist jetzt irgendeine Struktur. Oh nein. Das ist doch hier von den Ureinwohnern. Oder nicht? Was soll das hier sein? Ich kann da hinten... Ah, warte. Ich kann hier nach oben klettern. Ja, geh mal nach oben. Zack. Kann ich hier schlafen? Ne. Ihr wisst auch hier... Au. Wo ist denn Mängel? Hat Mängel gesagt, er hat final jetzt keine Lust mehr hier? Hey, das ist gar nicht gut. Wirklich nicht. Wir gehen hier weiter an der Küste längs. Vielleicht finden wir irgendwie eine Art Höhle, in der wir Unterschlupf suchen können. Das Ding ist, ich muss ja wahrscheinlich wieder hier zurückgehen, weil da vorne mein Zelt ist. Aber guck mal, ich hätte auch keine Lust hier zu schlafen. Hier geht es leider nur nach oben. Wenn jetzt hier gleich irgendwer kommt, ich schieße dem meinen Pfeil sowas von rein. Oh, warte mal. Hier, da hinten ist noch ein... Ich bin nicht weit weg von dem Ausrufezeichen. Und ganz ehrlich, was macht, warum ist Calvin nicht auf meiner... Äh, äh, Manuel nicht auf meiner Rude? Einfach auf der Strecke bleiben, Paletto. Boah, eigentlich wäre es schlauer gewesen. Da am Strand längs. Weil jetzt, glaube ich, wieder volle Kanne durch den Wald. Wo alles mögliche auf mich warten könnte. Ich brauche meinen... Ich brauche meinen Stab, Alter. Ich... Ich gehe da lieber volle Kanne, steche ich da rein. Weil mein Elm mit dem Bogen ist, glaube ich, nicht so gut. Da sind Leute. Da sind freaking Leute. Was mache ich denn jetzt? Da ist so ein Typ. Hallo. Guten Tag. Ich bin Paluden. Vom Stamm der Edgariana. Wollen Sie zufälligerweise einen kleinen Mini-Paluden für Weihnachten haben? Wissen Sie, was Weihnachten ist? Dazu gibt es eine persönlich von mir unterschriebene Autogrammkarte. Können Sie lesen? Oh, oh, was machen... Oh Gott. Oh, der kann klettern. Frügel, geh doch da nicht... Alter, was bist du... Okay. Okay, ich habe das Gefühl, dass sie keinen Mini-Pal... Wollen Sie vielleicht einen Mega-Mini-Paluten? 15.12.20 Uhr. Ich mache einen großen Bogen um ihr... Um ihr... Oh, da ist noch einer. Um ihr Lager, okay? Oh Gott, oh Gott. Die bewegen sich auf allen Vieren. Leute, ey, ich will wirklich keinen Stress. Ich laufe jetzt hier einfach durch. Okay? Das ist euer Land. Das darf euer Land auch bleiben. Wirklich. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Bitte mich nicht fressen. Bitte mich nicht fressen. Oh, Heidelbeeren, Alter. Ich habe Hunger. Heidelbeeren sind perfekt. Hier sind noch Heidelbeeren. Wir sind wieder auf dem Weg. Wäre ich bloß am freaking Wasser längs gegangen. Aber ich meine, von denen hat mich jetzt noch keiner angegriffen. Der eine ist erst mal auf den Baum gesprungen. Hatte definitiv keinen Bock auf einen Mini-Paluten. Aber vielleicht ist er auch mehr der Mini-Edgar-Typ. Das kann natürlich auch sein. Brody, 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 Brody. Ich habe keinen... Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich habe gar keinen Brief mit euch. Ich bin Pazifist. Ich bin Pazifist. Ich bin Pazifist. Oh, hier piep was. Guck mal, hier piep was. Das ist doch gut. Ja, guck mal, hier piep, 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 piep. Aber hier ist nichts. Ist es vielleicht unter mir? Was ist das? Stoff gesammelt. Oh, hier ist... Warte, hier kann ich was ausbuddeln? Ich habe keine Schauvel, Mann. Ich kann es auch nicht so... Wie crafte ich denn eine Schauvel? Werkzeuge. Treppe, Rambel, einfacher Boden. Ey, die muss man wahrscheinlich finden. Oder dann kann man hier jemanden ausgraben. Gut, okay. Wo sollen wir jetzt im besten Falle... Würde ich sagen, wieder ans Wasser. Ach Gott, wir können da nicht nach da ganz hinten wieder zurück, Mann. Ich bin auch... Oh, boah, musst du mich so erschrecken, Brody. Kannst du graben? Hohl, Stöckel, Steine, nee, Felsbrocken, Bären. Warte mal, baut er... Wenn ich ihm jetzt sagt, bau... Nee, aber hier... Nee, 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 nee. Eigentlich hier keine... Nee, 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 nee. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Kleiner Spaß. Folge mir einfach. Komm. Wir gehen jetzt erst mal da unten zum Strand. Oh, Pilze. Immer gut. Oh, oh, hier ist ein Lager. Oh, oh, das ist ja göttlich. Das ist ja ein Traum. Oh, wer ist denn hier? Oh, dem geht's gar nicht gut, glaube ich. Naja. Aber hier kann ich speichern. Oh, Weltklasse. Neuer Spielstand. Ersetzen? Ja. Ey, das ist ja super. Das ist eine richtig geile Basis hier. Energy Drink nochmal. Oh, hier ist auch irgendwas passiert. Oh, ja, hier ist... Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Ja, aber gut, das ist ja... Ach, guck mal hier. Ein Kochtopf. Das ist ja mega. Warte mal, ich hab Hunger, aber ich esse jetzt ein paar Blaubeeren. Guck mal hier. Ja, die geben zwar nicht viel Essen, aber ein bisschen geben die. Schauen, ob sie... Guck mal, das zum Beispiel ein Paddel. Was war das? Was war das? Ich hab doch grad hier irgendwas gehört. Gib mir die Zeltplane. Freaking hell. Verpisst euch. Da hinten ist eine... Irgendwer stalkt uns da hinten. Ey, hör auf, man. Boah, Mo... Alter, man. Okay, okay. Ich hasse das hier. Ich hasse das hier. Komm, wir gehen. Wir gehen zum Wasser. Wasser, Wasser, da sind wir sicher. Ich spring so ein bisschen, damit ich oben sehen kann, ob ich wieder solche komischen Typen sind. Aber es sieht gut aus. Oh, man. Freaking. Freaking. Hör auf, man. Mängel, komm. Einfach. Scheiß auf die Ekligen. So, hier haben wir eine gute Übersicht über alles. Ja, wir sind gleich am Strand. Das Problem mit diesem Wald ist halt immer, hinter jedem kleinen Busch kann halt so ein komischer Typ auf uns warten. Oh, hier ist noch ein Lager. Perfekt. Oh ja, hier chillt einer. Oh, hier ist noch... Ah, ich kann nicht mehr Radius tragen. Schade. Oh, alter, guter Loot. Geil. Was ist das hier? Was ist ein Night V? Oh, was ist das? Ach, damit kann ich fahren. Als ob das ist so ein Ding. Damit kannst du von A nach B fahren, oder was? Oh ja, der macht ein kleines Schläfchen. Der ist wahrscheinlich sehr müde. Ja, mit dem Ding fahre ich. Weil ich kann das ja nicht einpacken, oder? Dann fahren wir. So, ab dafür. Oh, alter, wie schnell wir sind. Junge, what? Oh, hier ist noch was. Zack, Energy Drink. Hier, warum kann ich das... Das wäre so geil, wenn ich das irgendwie wirklich benutzen könnte. So, damit fahren wir wieder eine Runde. Hat das irgendwie einen Agu? Wahrscheinlich. Oh, Tarnanzug. Energy Riegel. Filtration. Ja, das ist schon alles mega. Noch eine Armbanduhr. Aber was soll ich mit den ganzen Armbanduhr? Dann kann ich die irgendwie kaputt machen. So, damit sind wir jetzt aber mega schnell. Das ist ja mega gut. Können wir so schnell den Strand abfahren. Oh, der Strand hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Weil man hier sofort Bäume bekommt. Aber auch gleichzeitig das Wasser im Rücken hat. Oh, bin gestolpert. Nichts passiert. Weiter geht's. Oh, alter, das ist ein großer Strand. Ja, das Ding ist, hier links, da chillen, glaube ich, zwei Leute. Ja, die chillen, die machen kurz, glaube ich, Pause. Yo, das ist geil. Und das ist, glaube ich, auch in der Nähe von dem Schneebiom. Ich glaube, ich ignoriere erst mal gekonnt diese beiden Typen, die da... Oh, warte, kann ich hier auch ein bisschen durchs Wasser? Oh, okay, bin gestolpert. Nichts passiert. Ich nehme das Ding mit. Oh ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Das Neiße ist, wir haben noch mittlerweile auch eine Plane. Bedeutet, wir könnten auch hier... Oh, ich muss gleich unbedingt was essen. Hier unser Lager aufschlagen. Die Frage ist natürlich, hier waren irgendwie so blöde Typen, die so Leute... Ähm, ja. Aber ich sehe hier zumindest niemanden, der Stress sucht. Ich mag's hier. Leute, das war's mit einer kleinen Runde von The Sons of Forest. Ich hab mir stellenweise fast ein bisschen in die Hose gemacht. Fand's aber eigentlich ganz geil. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Aber wie bereits erwähnt, schaut gerne auf paluppen.shop vorbei, falls ihr noch was für Weihnachten sucht. Und danke fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.